Geschätzte Mitarbeiterinnen, geschätzte Mitarbeiter, anlässlich unserem 30-jährigen Firmenjubiläum Staub und Sauger GmbH hat meine Frau Madeleine gefunden und darauf bestanden, die gesamte Belegschaft zu einem verlängerten Wochenende dunsten bis Sonntag in die Jungfrau-Region einzuladen. Das sage ich, wird mir um ein Vermögen kosten. Und natürlich hoffen sie fest, dass alle teilnehmen können. Also gut, das detaillierte Programm wird Madeleine euch demnächst dazu kommen. Kebeskli, Fretel!